Kompromisse sind ja eigentlich eine gute Sache. Ohne die geht nichts im Leben. Aber das gilt natürlich nicht für Fußball. Und das gilt auch nicht fürs Würstchen machen. Und schon gar nicht fürs Fernsehen. Dann entscheiden wir selbst, wir beiden, was wir sehen wollen und wann wir sehen wollen. Entertain. Das neue Fernsehen, das alles möglich macht. Jetzt so günstig wie noch nie einsteigen. Na das gefällt uns.